hallo freunde und willkommen zurück zu einer neuen folge hier in part of exile wir sind hier stehen geblieben an diesem kleinen lager und haben hier noch eine neue rüstung gefunden beim letzten mal werden hier direkt mal weitermachen wer die rüstung noch nicht kennt hier das ist die neue rüstung das war die alte rüstung hat einiges an rüstungswert gebracht finde ich sehr gut kann man mitnehmen und wir gehen direkt weiter hier in geschehenes richtung den klippen hier in die identifikations rolle wir halten schon wieder ein bisschen kann die ballen haifisch so schnell angesprungen hier können wir nicht gebrauchen nehmen wir aber mit für den guten zweck und dass wir mal kurz gucken wir sind auch fast voll ich könnte sagen dass wir mal einfach mal ein rückport machen ein paar sachen verkaufen sicher sicher weil da kommt ja gleich noch ein bisschen was das war dann wieder vernünftig paar sachen einsammeln können wir haben wir hier stufe 27 und da haben wir noch in stufe 10 kaufen wir mal ein paar sachen brauchen wir alles nicht ach so die rüstung noch vergessen ich habe jetzt ganz einmal verwarf und weiter geht zum geschehen das ist hier das ist Prozent und nicht muss aber ein Portal er sich so ganz verstanden ach so ich bin so schlecht ja ich weiß ich bin jetzt ach so ich musste unten ins portal ergeben habe ich jetzt ganz vergessen ich bin zu dem wegepunkt naja gut war das jetzt weit kommen dann laufen wir jetzt noch mal eine runde wir sind ja sportlich unterwegs so schlimm ist jetzt auch nicht es ist ja nicht es ist jetzt nicht so weit sage ich mal es geht es geht da vorne ist geht also vorne geht schon weiter wunderbar kann ja mal passieren beim nächsten mal gehe ich am besten ins portal wäre auf jeden fall sinnvoller lustig wenn wir jetzt noch mal zurückgehen würden reinlaufen hier ist ein komischer zauber aktivieren kann jetzt haben wir den blitz sauber auch hier waren noch ein paar schöne sachen die ich gerne zum verkaufen mitnehmen so der anstieg der anstieg okay den anstieg betreten schauen wir mal wo es uns hinführt direkt in eine sackgasse hier geht es schon mal nicht weiter wir müssen ja gefangene pforte heißt nach gefangenen pforte heißt nach gefangenen pforte und die überschwemmenden tiefen hier weiter nein die gehen so gut doppelspitzkircher ich weiß nicht wie gut meiner ist das war noch so ein ganz schlechtes Ding ne erhöhte Treffergenauigkeit erhöhte Treffergenauigkeit erhöhte Treffergenauigkeit erhöhte Treffergenauigkeit der ist sogar besser macht 27 nicht viel aber immerhin man will sich ja nicht beklagen noch mehr identifikat konstruktor dann identifikatischer dass politische afg trau vor nach anstieg nach Their eyes filled with a hatred of mankind that is beyond instinct. Now it is we who must bend and bow like saplings before the seaborne gale. The firstborn of the kingdom of Kaum greeted us this day. The firstborn of the kingdom of Kaum was buried this day. Even our children are not spared the black spirit's touch. What have we done to enrage Wreklast? We look to Kaum. Our king will lay the spirit of this land at peace. Okay. Er wird's erlösen. Der König wird's erlösen. Mal gucken. Plattenschrott. Ja, schön. Das geht auch nicht um die Gegner. Das ist schon mal nice. Was haben wir hier? Na ja. Nicht gerade unbedingt der Rede wert. Ah, verdammt. Das ist wieder so ein komisches Buch. Da will ich jetzt aber noch nicht hin. God bless you on this fine day exile. Ah. Ja auch. Gerade Kriegsbeil. Hm. Herr Meister der Überlieferung. Und thus, my prayers are answered. None too soon neither. Don't look so... Oh mein Gott. Krass, jetzt habe ich nicht gehört, was er gesagt hat. Auf dem Teil müssen wir irgendwas tönen hier. Ich schütt fest. Ich hätte vorher die Gegner töten sollen. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen. Ich habe das Ganze auf dem Mausrat mit der Attacke. Deswegen sucht sich das immer noch ein bisschen hin und weg. Ja. So, das Relic ist kaputt. Das Relic ist kaputt. Das Relic ist kaputt. Ja. Ja. So. Ich bin da noch hin. So. War schon. Ich wollte es noch ein bisschen spannend machen. Das war ein bisschen diviner Slaughter, die ihr da liebte, Crusader. Ha, ha, ha. Du warst heute Gott stolz. Okay. Komm, mich zu mir in Liniers Watch, nächste Mal, wenn du da bist. Alles klar, wir sehen uns in der Stadt. Und damit würde ich sagen, wäre es das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.